So einen wunderschönen guten Tag. Der feine Herr hier neben mir hat mich dazu überredet, dann doch S im Kino zu gucken. Ja, ja, ja. So, da gehen wir jetzt hin quasi, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du was, ich kenne hier eine Abkürzung, lass mal hier rechts lang gehen. Das ist ein Friedhof, da gehe ich nicht rüber. Doch, das machst du jetzt, komm. Scheiß drauf. Ohne Scheiß. Ist sehr viel kürzer. Okay, pass auf, also wenn ihr uns das nächste Mal seht, dann haben wir quasi den Film gesehen und dann reden wir über S. Das heißt, herzlich willkommen zu Lass mal über... Hast du das gehört? Ja, aber scheiß drauf, Alter. Lass jetzt bitte rüber. Nee, Mann, ohne Scheiß, ich finde das nicht cool. Wir kommen sonst zu spät, Alter. Lass bitte rüber. Scheiß dir nicht ein, los. Ja, aber schnell. Okay. Alter, geil ist anders. Ja, finde ich auch nicht geil, aber trotzdem müssen wir hier rüber, Alter. Vor allem hier ist 100 Prozent... Ach, du bist so eine Muschi, Alter. Ah! Alter, du bist so ein Asse. Komm jetzt, Mann, komm jetzt. Warte mal, warte mal. Ja, jetzt habe ich aber auch was gehört. Ey, lass uns, lass uns anders, lass uns zurückgehen. Mann, Scheiß, Mann, ist doch sowieso Werbung am Anfang. Komm jetzt, ey. Mann, ohne Scheiß, ich finde das nicht lustig und ich will... Irgendwas ist hier. Und ich finde das total bescheuert, dass wir hier rüberlaufen, Mann. Ohne Scheiß jetzt, ey. Alter, Junge, scheiß die mal nicht ein jetzt hier. Es ist nur ein bisschen dunkel, Alter. Lass jetzt hier rüber gehen, Mann. Alter Schwede. Nee, ist nicht ein bisschen dunkel. Außerdem hör... Hast du das gesehen? Ja, kannst du mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen hier, um mir Angst einzujagen? Andi! Mann, hör auf jetzt mit der Scheiße! Chris? 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 Chris! Mann, du... Ey, du bist ein Assi, Mann, Andi! Andi, jetzt komm raus! Mann, das ist nicht lustig, okay? Oh, fuck, ey. Andi! Mann, scheiß auf, Mann, ich hab Angst, ey! Mann, jetzt dreh dich um, das ist nicht lustig, okay? Hör auf, bitte, ey, dreh dich um, Mann! Mann, ohne Scheiß, du machst mir Angst! Nein, nicht lustig! ARD Text im Auftrag von Funk